...90 wirft vielleicht das Ruder rum. Fotografierst du das, oder? Ich bin so schmore im Internet. Ach, Hannover. Ich bin dein Verein. So, ich gehe jetzt ins Bett. Morgen können wir ja alle lange schlafen. Ich stelle meinen Wecker auch ab. Stehe ich nochmals als Erste auf hier. Kann sein. Ne, ich klappe nicht. Also ich klappe nicht, dass ich so ein Schlafen habe. Ganz locker. Habe ich nicht gemacht, dass er weiß. Ich habe auch noch mal was gesagt. Ganz locker. Die lagen 1-0 hinten, ne? Pstst, die Hannoveraner sind. Ja, ja. Dann haben sie einen Elfmeter nicht gekriegt. Dann wurde ein Tor nicht gezählt. Jetzt pstst. Dann hat er einen Scheiß aufgelaufen. Ich darf nichts mehr sagen. Jetzt steht 200. Aber das war jetzt ja auch ein Elf.